Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Manja und Tobi haben nämlich schon Pakete nach Hause geschickt. Und ja, sie werden ausziehen. Einige von euch haben ja vermutet, dass sie nur über Weihnachten nach Hause fliegen. Ich kann es irgendwie selber noch gar nicht wirklich glauben, da wir jetzt fast ein halbes Jahr zusammen gewohnt haben. Aber als wir dann bei der Post standen, wurde es irgendwie doch real. Ich werde die zwei total vermissen. Wir hatten nämlich echt viele lustige Momente zusammen. Aber alles hat wohl irgendwann ein Ende.